... aus dem Kinderparadies. Ganz schön auch der große Moment dann beim Festbankett, als das Brautpaar den Hotdog feierlich angeschnitten hat. Ja, wirklich super. Also Sie können ja mal drüber nachdenken, vielleicht sind Sie am Morgenende bei Ikea unterwegs, dann schauen Sie mal, dass das vielleicht auch was für Sie ist. Pommen Sie auf beim Traualtar, kann er mal ein paar Schrauben fehlen. Ja, das ist so. Aber wenn ich jetzt daran denken würde, dass ich dort heirate, wenn mein Freund und ich mich kennengelernt haben, dann ist das auf Darm-Toilette im Club oder was? 20 Jahre. Einfach von mir, einfach mein Sender. 20 Jahre.